Magisches Schloss Evi, ich hatte dich doch gebeten, deine Spielsachen wegzuräumen. Ja, gleich, Mama. Evi, du bekommst das wieder, wenn du dein Zimmer aufgerufen hast. Hier gefällt es mir nicht mehr. Oh, hier ist es aber toll. Juhu. Juhu. Hihi. 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 Hey. 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 Ich muss heim. Aber in welche Richtung muss ich gehen? Oh je. Evi. Evi. Entschuldigung, haben Sie ein kleines Mädchen in einem Jeanskleid gesehen? Ja, sie war vor ein paar Minuten hier. Evi. Evi. Ich will nach Hause. Mami. Geht's dir gut? Deine Mama sucht nach dir. Warte hier. Evi. Evi. Ich hab schon überall nach dir gesucht. Mama, tut mir leid. Ich renn nie wieder weg. Zuckerwatte, Eis, Limonade. Willst du Zuckerwatte? Ja. Hier, bitte. Das macht fünf Moneten. Dankeschön. Tschüss. Ich räume meine Spielsachen auf. Fertig. Sehr schön. Lass uns essen. Guten Appetit Danke Mama